Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Neben mir steht der André. Hallo André. Hallo Guido. Genau, GNS Grimma, da bin ich jetzt und wir wollten euch unsere neue Solartasche vorstellen. Wir sind ja auf der Messe, wir sind ja in den letzten Zügen, in der krassen Vorbereitung jetzt und da gibt es ja noch ein paar andere Ankündigungen, die kommen morgen und übermorgen. Aber ich wollte euch was Neues vorstellen, da hat der André auch schon Hand angelegt. Wir haben natürlich jede Menge telefoniert darüber und wir wollten jetzt auch eine Solartasche kreieren. Tasche ist vielleicht das falsche Wort, ist ja schon ein Koffer, kann man sagen. Tasche ist ja dieses Flexible, das wollten wir nicht. Das haben wir uns schwer mitgetan, oder? Ja. Ja, haben wir uns schwer mitgetan und ganz zum Schluss hat André dann auch Verschiedenes ausprobiert und getestet, weil der hat ja hier Platz. Das war unter anderem auch hier ein festes Modulsystem. Und erzähl du mal was über die Leistung, das sind 200 Watt, die dort stehen. Du kannst den Koffer ja mal eben anheben. Genau, das sind 200 Watt, klappbar. Der Grund war eigentlich, mir hat das mit den Solartaschen, die es so auf dem Markt gibt, hat mir das nicht gefallen. Die sind so flexibel, wenn die keine Hinterlüftung, die weht der Wind um, das ist immer irgendwie Quatsch. Genau, also wir haben viele Dinge einbezogen. Eins ist, ich sag mal, so eine Solartasche hat natürlich so eine Berechtigung, wenn du wie Busfahrer bist, sag ich mal. Da kannst du dir hinter die Scheibe legen, ja okay, ist alles gut. Ja, aber den Markt bedienen wir ja nicht. Ja, den können wir bedienen, aber wir können ja nicht alles machen. Deswegen haben wir es anders gemacht. Wir haben uns ein festes Modulsystem, also ein Koffersystem haben wir besorgt, beziehungsweise du hast das besorgt, hast dich da am Markt orientiert, was ist an Zulieferanten da. Ja. Und dann haben wir das getestet, beziehungsweise du und der Ertrag war, naja, naja. Durchschnitt, sag mal Durchschnitt. Ja, Durchschnitt, ist ein Lötstreifenmodul, da haben wir das Thema wieder. Ja, so. Und dann habe ich abends mit André ein langes Gespräch geführt am Telefon, habe ich gesagt, weißt du was, André, warum nicht unsere Black-Kontakt-Zelle? Was spricht dagegen? Ja. Wir haben jetzt eine Firma gefunden, die uns das als Koffer baut, inklusive Tasche. Hier. Eine massive Tasche wird hier gebaut, das klappt wird zusammen und damit bedienen wir natürlich den Wohnmobilisten, der kann das Ding in der Heckgarage stellen, ohne dass du dir irgendwas kaputt machst. Ja. Ohne, dass du das Modul kaputt machst oder das Wohnmobil, ne, du klappst da zusammen, hast nur noch dieses Maß, ein Meter an 55. Genau. Genau. So, wir nennen das Ding der Sonnengurt. Ja, Black-Kontakt-Zelle. André, auch gesagt, das ist okay. Ja, also der Sonnengurt. Können wir ab sofort bestellen. Auf der Messe haben wir den vom Eröffnungstag an im Programm. Wir können nicht sofort liefern, weil die noch zusammengebaut werden zurzeit. Ja, aber es ist in Produktion und das dauert auch nicht lange. Also vier bis sechs Wochen muss es schon rechnen. Ja. Also bestellen kannst du das Ding. Den gibst du doch zu einem ordentlichen Preis. Ja. Der Preis liegt irgendwo unter 1000 Euro. Dann ist dabei ein Victron-Regler. Genau. Smart. Ja. Smart. Kannst du auf dem Handy ablesen, was kommt da an Action. Ja. Und du bist mit dem anderen System, wenn du zum Beispiel eine Solaranlage schon auf dem Dach hast. Genau. Das ist ja ein Grund dafür, warum man sowas macht. Ja. Du merkst hier und da, das ist zu wenig. Willst aber auch mal autark stehen und packst das Ding aus, richtet das auf, speist das ein und du bist vernetzt mit deinem anderen System. Deswegen haben wir es mit Victron gemacht. Ja. Ja. Erklär du das mal bitte. Es ist halt, ja, die Victron-Geräte, das haben wir ja schon oft gesagt, lassen sich untereinander vernetzen und arbeiten als Gemeinschaft, um so viel wie möglich Energie in die Batterie zu liefern. Hier kommt ein Victron-Regler mit zum Einsatz, passend natürlich. Und wenn ich das System schon habe, wird er programmiert und arbeite dann in dem schon fest eingebauten System ganz einfach mit dazu. Genau. Mit dazu. Weil ich gerade sehe, wir haben hier gerade einen Cartago stehen. Da ist ja erfahrungsgemäß immer sehr, sehr wenig Platz durch die vielen Fenster. Ja. Ein bisschen was kriegt man trotzdem drauf an Black Contact. Genau. Und hier stelle ich ganz einfach noch mal Black Contact neben das Auto, kann das immer der Sonne ausrichten, perfekt, der Wind weht es nicht um, es steht stabil, Aluminium, Träger hinten dran. Genau. Und das Ganze wie ich zwölf Kilo. Genau. Das kann jeder aus der Heckgarage raus. Du klappst das Ding auf, da sind hier die Aufsteller dran und jetzt kommt das Allerbeste. Da vergessen viele, die so ein Gerät vorstellen. Faktor. Faktor 3. Genau. Ja, Faktor 3. Das kann die Black Contact Zelle Faktor 3. Was ist Faktor 3? Ganz einfach. Faktor 3 heißt, ich habe hier eine Summe von 240 Watt, die da rauskommen. Das ist ja die gleiche Platte, die wir auch auf dem Mobil montieren. Das ist ja nichts anderes. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen diese Platte. Was sollen wir uns mit irgendeinem anderen Mist abgeben, sage ich mal. Ja, so. Wenn du jetzt diese Platte aber ausrichtest, ja, und du führst die nach, wenn du das könntest. Ja, es gibt ja Maschinen, die das können. Ja. Ich habe mal eine Semisolar Plus auf meinem Dach gehabt. Sat-Anlage und Solaranlage. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch? Schreibt das mal in die Kommentare, ob jemand Semisolar Plus noch kennt. Oder Sunmover. Sunmover war nur eine Platte, aber die richtete sich auf, genau 90 Grad zur Sonne und alle 15 Minuten ging dann Wahnsinn. Und ging dann auch wieder, wenn die, also, irre gemacht, ja, mit der Software für 100 Jahre, ja, irre. Schreibt da mal in die Kommentare, ob ihr das Ding noch kennt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Denn bei mir war es so im Prinzip zu schwer, zu teuer. Das war leider so. Hat sich nicht durchgesetzt. Aber im Prinzip kannst du das ja hier selber machen. Ja, so. Genau. Und da hat der Hersteller von Faktor 5 gesprochen. Das heißt aber nur, wenn du alle 15 Minuten da hinrennst und das, ja, das ist ja Quatsch. Aber Faktor 3 kriegen wir hier mit hin. Das ist auch nachgewiesen. Das heißt nichts anderes. 240 Watt mal 3. Ja, das bedeutet, das bedeutet, gegenüber einer liegenden Platte. Also, wenn du dich hier ein bisschen mit beschäftigst, ich sag mal, du kommst, du kommst jetzt vom Mittagsspaziergang wieder und du siehst, aha, drehst du das ein bisschen rum. So, nachmittags machst du das noch zweimal und die Welt ist gut. Und dann hast du am Abend so viel Strom produziert, ja, das glaubt man gar nicht, weil du das einfach ausrichtigst, das Ding. Das ist und bleibt immer noch die beste Möglichkeit, jede Menge Strom aus dem Solarmodul zu holen. Also, jetzt haben wir schon eine gute Platte, montieren die waagerecht auf Wohnmobile, weil das einfach besser ist, weil das einfach schicker aussieht. Du hast keine Arbeit damit. Wer will denn da hochtonen und das morgens aufstellen und Wagen drehen oder wie? Oftmals hast du ja nicht die Möglichkeit, das Wohnmobil oder den Wohnwagen zu drehen. Aber hier kannst du es halt. Das ist ja auch Blödsinn. Hier kannst du es halt optimal zur Sonne stellen. Richtig. In der Neigung, du kannst es flachstellen, du kannst es immer weiter machen. Also Leute, könnt ihr auf der Messe ab sofort bestellen. Hier steht der Prototyp. Wie gesagt, die Firma ist dabei, uns dieses System so zusammenzustellen, dass wir es gebrauchsfertig haben mit Regler, Fortronic Regler, Smart und 240 Watt und natürlich eine vernünftige Tasche dazu. Eins haben wir noch vergessen. Wir haben was vergessen? Ja. Wir liefern eine Diebstahlsicherung mit. Genau. Also Diebstahlsicherung nicht in dem Sinne, dass wir da jetzt so eine Kette dran machen. Nein, es wird dir eine integrierte Öse geben, die nicht stört. Ja, wo man ein Laptop-Schloss dran machen kann mit einem Stahlseil. Das heißt, nichts anderes wie, du hast schon ein bisschen Arbeit oder du hättest ein bisschen Arbeit damit, da zu knacken. Weil ein Fahrrad kann auch jeder klauen, wenn ich Zeit genug habe. Aber der Dieb geht vorbei und sieht, ah, das ist abgeschlossen. Ja, das ist um eine Felge, um eine Hubstützenanlage. Genau. Von mir aus um ein Fahrrad, was auch wiederum abgeschlossen. Egal. Hauptsache, man sieht, oh, abgeschlossen. Ja, du kannst es nicht einfach so mitnehmen. Ja, genau. Das ist ja das große Problem dabei. Du kriegst alle Taschen und alles, was du auf dem Markt hast. Das wird einfach nur theoretisch erklärt. Nachher, das ist doch so, du gehst abends zum Essen, kommst wieder und das Ding ist weg. Das habe ich eben auch von vielen gehört. Das haben die mir auch gesagt. So laut Taschen, ja, die musst du wieder zusammenklappen und die können sie klauen. Oder die wählt es ganz einfach weg. Genau. Also wir machen eine Diebschaftssicherung dran. Da haben wir uns natürlich Gedanken drüber gemacht und die man auch verlängern kann. Ja, also es wird eine gewisse Länge dabei sein. Ja, das ist aber, wie gesagt, diese Produktionsfirma, die das zurzeit für uns macht. Da haben wir so einen Auftrag gegeben und die Länge weiß ich noch nicht genau. Ja, aber das kann man mit Sicherheit individuell abhandeln. Aber ich wollte es nur erwähnen, dass wir auch an sowas gedacht haben. Also Leute, wenn ihr Bock auf sowas habt, kommt es zur Messe. Modul kann ich euch da zeigen. Das ist nicht das Problem, das haben wir jedes Jahr gekonnt. Die Messe geht vom 27. bis zum 4. Also 27.8. bis zum 4. September. Ja, ich bin am Händlertag. Einen Tag vorher bin ich auch schon da, wer da hinkommen möchte. Und nachdem könnt ihr ab sofort bei uns bestellen und lieferbar in 4 bis 6 Wochen. Ich finde, unsere eigene Platte hat am besten abgeschnitten mit dem ganzen Testkram. Ja. Ja, und deswegen nehmen wir sie. Ja, wir haben die auch im Programm. Ja, das ist dann, ich sag mal, für einen VW-Busfahrer. Nicht, dass der VW-Busfahrer jetzt ein anderer Manus, aber der hat halt weniger Platz. Ja, ob der die jetzt da, das wäre natürlich super. Also ich würde die immer empfehlen, weil wir einfach am meisten Leistung rausholen. In dem Sinne, malet Jod, lasst euch gut gehen, wenn ihr noch Urlaub habt, macht was draus. Der André und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Guido von GNSTV. Tschüss.